Ohhhh Ja ne, ich skill jetzt auch, dass er die Mütze, er braucht nach allen Mützmüttern, dass er einen abhat, den er extra noch nicht geliegt hat. Geh, geh, nehm. Zeit abgelaufen. Das ist so bitter, ne? Das ist so bitter. Lach, lach. Das ist so geil. Warte mal, gib uns nen Pilz, gib uns nen Pilz. Ne, den brauchen wir nicht, haben wir ja gesehen. Wir haben Skill. Oh, Alter. Oh, ist das bitter, ist das bitter, ey. Und jetzt einen ab, jawoll. Oh, oh. Jeder geht ein, jeder geht ein. Ja, Entschuldigung. Ja. War ich mit Absicht. Oh Gott, ich hab extra anlaufen, ey. Das war's. Das war die bitterste Stelle, die wir im ganzen Display bisher haben. Das war die bitterste Stelle, die wir im ganzen Display bisher haben. Ich bin hier runtergefallen. Das war die bisher ständig nicht jemals in diesem Spiel. Warte. Ja, fick dich. Nein. Donkey Kong. Wieso, ich will nicht atmen. Das ist ja wie deprimiert, oder? Das war so bitter, ey. Das war so bitter, ey. Lass mal das Ding hier ausprobieren. Hatten wir vorhin schon. Ja, da... Ich warte einfach. Ach, Christoph hat's weiter geschafft. Okay, ich dachte, der wär auch gestorben. Du kommst als Großhander nicht hoch. Natürlich. Geh da doch weg. Kombo-Sprung. Geh da doch einfach weg. Kombo. Da machen wir hundertprozentig Wandsprung. Lass mal mich. Ja, danke. So, ich mach das hier wieder, ne? Ja. Ach nee, Christoph ist groß. Ja, und? Ja, mach du's. Du machst das wieder. Hallo, ich weiß... Bist du dumm? Jetzt hör mal einfach durch. Danke. Ha. Manchmal muss man einfach die Initiativen ergreifen. Klasse, du hast dich fast ungewohnt. Nicht springen. Nicht springen. Oder auch noch. Bitte stirb. Oh, ein... Eine Münze, ne? Eine Münze. Das kommt ins Beste auf. Das hätte dir aber auch nichts gebracht, weil du wärst dann ja trotzdem noch gestorben. Du hast neben Verlort. Ja, nein. Ich weiß, ich wäre auch der Blase gewesen, der Blase für niemanden kann leben. Doch, wenn es halt auch ist. Stoß schon hinterher ist. Das ist ja schon. Ja, du denkst das. Das wäre bestimmt so. Das wäre bestimmt so. Glaube nicht. Das ist so geil, die Stelle. Das ist so geil, die Stelle. Ha. Schön, ey. Wieso haben wir jetzt? Ja, was haben wir denn gemacht? Ja, und so lange für alle Stelle gebraucht werden. Gut, wir sehen. Hier, siehst du mal ab. Gesehen, wie ich's geschafft habe. Ich hab's auch geschafft, aber? Ja, ich hab's mit Dingens geschafft, ne? Es hat doch was gebracht. Ach so meinst du das? Ja. Aber du kommst dann nicht weiter, wenn du einfach nur, äh... Ne, das wollte ich... Ja, ich hab jetzt scheiße ausgedrückt, aber ich meinst, ich wollte den springen und dann schütteln. Ja, okay, ja, das ist klar. Das dumme an dieser Welt sind die Wege. Was? Ich hab grad Beyblades gehört. Das dumme an dieser Welt sind die Wege. Beyblades? Ja, das sind so geduldet, die Augenblick war sowieso nicht so viel gerade. Hä, wie kann man denn dann, das, äh, das schlimmste an dieser Welt sind die Wege? Beyblades, versteh ich? So, wie, 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 wie? Soll ich versprochen? Das sieht man dann gehört. Das sieht man dein Gehör. 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 Wer das verstanden hat beim ersten Mal, Zaum runter. Wer das verstanden hat beim ersten Mal, Zaum runter. Gesellt mir, der like mein Status. Nein, er schreibt einen Kommentar. Nein, aber du hör auf mit deinen komischen Animierungsstrichen. Ne, der ging mich voll auf. Ja, genau. Du bist so eine Hure, danke. Du bist die richtige Laikugel. Richtig Aufmerksamkeitshure. Jetzt habt ihr aber hier den Kombo gemacht. Ja, ich hab' gerne gegeben. Ja. Typical. Hallo, ich hab' gehe das selbst. Warum hab' ich nicht so… Wuhhhhh… jetzt ploppen… nein, du kannst sie ploppen lassen… Du kannst sie aja ploppen lassen, also, ich weißte es nicht genau. Wow, das关z ض66 … Störbbar, was soll' ich irgendwann, dann schmuten die ganze Finsen los. er ist ja auch hier so ein etage ja nun vorbei wir müssen auch mal was machen hier ohr ich hab dich nur weggetragen das war jetzt nicht meine schuld ganz viele müssen eine nein wenn du die so mit springen besiegst ja dann tun wir das mal wenn du es jetzt schon sagst dann müssen wir das auch zeigen dann musst du da weg gehen dann geht einer da erst drauf lala 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 wie lange willst du das machen ist das nicht spannend das muss man mindestens 10 mal machen dafür nein doch komm wir machen so lange erotischen tanz er kommt ohne musik wird das Leben geht es o im hallo er hat gereicht so ein wenig das wird was ich glaube ich war so auch schon in den Passagier kann ich auch einfach von oben darauf springen und lesen weil Oder so. Und wie gesagt, kein Wurst gespuckt! Jaaa! Vorsicht! Weil er gestorben ist, wäre ich jetzt hier... Er fasst auch drauf. Vorsicht, Vorsicht! Das wäre dann wieder so geil gewesen. Ah, mein Nein! Essen ist aber nicht. Ja, direkt 1. Wir sind so gerecht geworden. Du bist das so langweilig. Ja, das ist die ganze Zeit zu spielen. Das stärkt die Freundschaft hier. Wir halten zusammen. Ein Freund, ein Freund, ein Freund. Eine, vier... Ja, mit der Rede wusste ich das einfach. Ich hatte auch noch eine Feuerblume, aber nein! Nein! Komm schon, jetzt der Devi hier. Oder auch nicht. Ich nehme dich. Nein! Ich wollte eigentlich einfach nur irgendeinen um. Das ist nicht erwischt, das tut mir leid. Ich wollte eigentlich eher genug erwischen. Warte doch! So, ausgeglichen! Ah! Was ich... Das war jetzt. Ja, gut. Das ist so geil. Ja, gut. Zu dritt. Kopa ist zu drinnen, nein! Springen nochmal! Springen nochmal. Warte an! Skill oder was? Ah du hast 30! Warte mal! Ah, jetzt ist der Sprit. Lass mich doch hier raus! Das ist dann langsam zu schnell! er will er nicht so gut ja gut das kann man nicht so gut planen der ex-orderung auch ex-orderungen schützt zweimal einmal schon mal gut, fängt gut an noch einmal, okay kein Wohne, hab ich mir gedacht ich wäre fast dir untergefallen man steht sich immer so im Weg nein nein okay, sollte ich nicht Geschwindheit das Wort hat warte, nein, scheißen warten 6 mehr sein soll beides sein ja, und was auch bei sein Nürnberg, das war kein Absicht wenn mir ein Absicht, das ist auch kein Absicht gewesen das ist weil es nichts Absicht was war der andere Vorten gegen kommt das ist ein schlag es aber nicht Moment, Moment Nein, das war zu früh Warte, ich mach das Oh, das hat so viel Münzen gebracht, ne? Mindestens 2 Ah, ein Propeller Nein, ich will es mich draufstellen Nein, willst du nicht Doch, wenn du Hinter der Wolke ist bestimmt die letzte. Wieso gehst du schon raus? Du bist so unendlich dumm. Das war aus Versehen. Das sind wir noch ein paar, glaube ich. Irgendwie. So, wir brauchen Kopa-Banzer. Sind wir so schlecht, oder? Ja. Wo ist denn ein Kopa? Da hast du einen Kopa. Oh, hast du gut getan. Das wird... Er verweckt dadurch, pass auf. Der hätte zu schön gewesen. Kommt noch. Nein! Noch hast du dich schon was dazu? Ja, du denkst dich zerschellen. Ich dachte, es geht eigentlich da durch. Ich dachte, palt ab. Palt ab, das wäre so übertrieben mies. Entweder müssen wir unten durchlaufen. Okay, ist okay. Ich gehe unten. Das machen nämlich die Leute mit Skil. Guck. Nicht verrecken, nicht verrecken, Remke, nicht verrecken. Soll ich mal ein bisschen warten, genau? Ich finde das schon grafisch ziemlich cool, wenn man sich so bewegt. Ja, ist echt... Mach dir mal was, oder spring dir jetzt die ganze Zeit nur rum. Ich spring die ganze Zeit nur rum, eigentlich. Ja! Okay, wir machen noch mal was. Ist kein Problem, ist kein Problem. Wir machen doch gerne was. Christoph allein ist am einfachsten, ne? Wandsprung machen. Gar nichts machen. Willst du das jetzt nicht machen? Na, wer ist der Beste? Das war jetzt echt nichts besonderes. Das ist echt nicht schwer. Komm, nur weil du ein Schot bist. Bist du neidisch, Remke? Ja, bist du neidisch. Wer hat die schwere Stelle geschafft? Du nicht. Doch. Nein. Und einmal habe ich dich reingeworfen. Das war auch mein Verdienst. Ich weiß jetzt nicht wer es war, aber irgendeiner von euch hat mich auch gekillt. Wahrscheinlich Remke. Komm, jetzt sind wir doch alle freundlich und Brassers. Brassers. Mario Brassers. Ja, Mario Brassers. Mein Bruder kann man das ja gesehen, was ich als erstes gemacht habe. Brassers. Eigentlich müsste Mario nach Mario heißen. Wieso? Mario Mario? Ja, Mario Gebrüder. Das ist ja auch Gebrüder Grimm. Das sind ja auch die Gebrüder Grimm und das sind die Gebrüder Mario. Also, Mario Mario. Und Luigi Mario. Das ist so bitter, ne? Und Peach Mario. Nee, Peach gehört ja nicht zur Familie. Hm, wenn es ist, ja. Baby Mario Mario. Baby Luigi Mario. Baby Luigi Mario. Ja, genau.